Ich habe Gürmes, ich komme aus dem Irak, war heute ein schöner Tag. Wir spielen und es hat viel Spaß gemacht und essen und trinken. Dieses Sportfest organisieren wir jetzt mittlerweile zum dritten Mal. Jeden Sommer für alle ISK-Teilnehmer, weil wir einfach festgestellt haben, dass die Teilnehmer sehr wenig über die Sportangebote in Hannover wissen. Deswegen möchten wir gerne das Ganze vorstellen. Wir haben mehrere Vereine hier auf dem Sportplatz. Die Vereine stellen ihre Angebote vor und die Teilnehmer haben Möglichkeiten, sich da anzumelden. Es ist so ISK-Fest, Sommerfest heißt also besser gesagt. Und wir spielen gerade Fußball und wir haben auch gewonnen. Wir freuen uns sehr, sehr, sehr und wir wollen auch weiterspielen. Wir freuen uns sehr, 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 Untertitelung des ZDF, 2020